Ich wünsche euch allen ein frohes, gesundes 2024. Das neue Jahr steht vor der Tür. Die Frage ist, was wünsche ich mir? Natürlich Glück und Wohlergehen und dass wir uns gesund wiedersehen. Ich wünsche Frieden für die Welt, für arme Menschen etwas Geld, Gesundheit wünsche ich alle Kranken und dass die Leidzischen Mietsanke. Ich wünsche mir viel Fröhlichkeit, Geselligkeit statt Einsamkeit und dass die Nationalmannschaft endlich wieder wohl was schafft. Ich wünsche mir, naja was soll's, Erinnerungen für Olaf Schulz und dass er es endlich einmal wagt und zu sein Volk mal ebbes sagt. Der Ampel wünsche ich viel Erfolg, dass in Berlin der Karren rollt, denn der ist jo schon seit Jahren tief neu in der Matsch gefahren. Passt uff, uff unser Steuergeld, mir rette alle niemals die Welt, zu groß die Probleme, die Dimension von Klimaerwärmung und Migration. Ich wünsche mir sehr für unser Land, den Regierenden er glücklich handt und jetzt bitte erlaubt mir diesen Scherz, sonst kommt im Januar der März. Und ob dann alles besser wird, die Frage stellt sich unbeerrt, ich sag's ehrlich und nicht gern, schlimmer kann's jo nie mehr werden. Der Fachkräftemangel ist schon groß und gerade in Berlin, oft sehr dubios, bei manch Politiker kann man seh, weil sie ihr Handwerk net versteh. Und noch eins wünsche ich mir ganz arg, weil das nervt mich wirklich jeden Tag. Bitte, bitte lasst es sei, die unnötig nervig Genderei. Liebe Zuhörende, wenn ihr mich hört, Gleichberechtigung ist nie verkehrt. Verkehrt sind Doppelpunkt und Stern, man kann es einfach nicht mehr hören. Die große Mehrheit will es nicht, weil's nicht nur unser Spruch entspricht. Los, sag's euch, was ich sage, verhunzt uns net die deutsche Sprache. Ah, in Heidelberg am Schäne Neckar geht mir so manches auf den Wecker. Ich wünsche mir für unsere Stadt, dass sie bald weniger Probleme hat. Der Lama's Kopf fällt mir doch ein. Müssen Windräder genau dort sein, mittendrin in einem intakten Wald, plant man Zufahrtsstraße aus Asphalt. Sonst ist doch jeder Baum so wichtig. Doch plötzlich sind die Bämen dort nichtig. Dort gilt die alte Weisheit auch. Man redet so, wie man's grad braucht. Man geht grad eifrig hier ans Werk, baut der Fahrradbrück in Heidelberg und baut die Brück jetzt ungeloge, extra um Bäm herum, im Große Burge. Die Fahrradbrück ist net verkehrt und die Bäm dort sind erhaltenswert. Doch gilt die alte Weisheit auch. Man redet stets, so wie man's braucht. Und noch eins bringt mich zum Rase. Verkehrsversuch in der Mittermeierstraße. Nach dem Versuch, wisst man genau, Spur wegnehmen, führt zum Stau. Man steht ewig, man kommt net weg, steht stundenlang auf einem Fleck, weil der Verkehr ganz einfach ruht und der Umwelt tut es gar net gut. Ich wünsche mir dort einen Tunnel. So löst man auf den Autorummel, oben drauf ne breite Fahrradstraße mit vielen Bäm und grünem Vase. Und hockt man dort zu dem Mut, wär ein zweiter Tunnel auch noch gut. Für alle wär das ein Genuss, dann wär die Altstadt auch am Fluss. Ein letzter Wunsch hab ich für heute. Oh bitte, macht mir diese Freude. Bringt noch im Januar, wenn's geht, die Kulturhauptstadt auf den Weg. Heidelberg muss Hauptstadt werden. Ich weiß, manche hören das nicht gern. Doch es wär wichtig für die Stadt, die kulturell so viel zu bieten hat. Darauf hebe ich jetzt mein Glas. So ist es nun mal meine Pflicht. Ich trinke auf das neue Jahr. Perke, no, ja, warum nicht? Broscht, bitte. Das war's. Ich trinke auf das neue Jahr. 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 Vielen Dank.